hallo und herzlich willkommen dies ist teil 5 der dragon mapmaker serie und heute wollen wir uns damit beschäftigen wie wir objekte im gebäude oder außerhalb des gebäudes platzieren also legen wir los so dann wollen wir mal ein paar andere objekte in dieses gebäude bekommen ich hatte ja gesagt das ist ein bisschen schwierig mit dem drehen im letzten video deshalb konzentrieren uns hier mal auf die objekte klickt ihr hier rein seht ihr habt eine massive funktionsliste wichtig ist erstmal dass ihr hier im edit modus sei das heißt hier markiert ihr die objekte der ebene in der ihr seid und hier setzt ihr sie das heißt wenn ihr das objekt nicht platzieren können seid ihr vermutlich hier oben im falschen werkzeug auch die lassen sich alle umschalten und hier unten gibt es einige hotkeys die ich später noch mal erwähnen möchte gehe ich auf den objekt spawn dann wird die ebene die ich gerade markiert habe hier eingefügt ihr seht es jetzt habe ich barrel and stacks wir wollten uns aber einen so versuchen deshalb gehe ich jetzt hier mal rein und was natürlich noch fehlt auch da ist der entwickler dran ist eine suche aktuell sind die objekte die wir uns aber aussuchen können relativ überschaubar und hier haben wir jetzt wahrscheinlich ist pew schon das falsche sofa fancy nehmen wir mal sofa fancy ihr habt erstmal eine live vorschau des objektes und grundsätzlich ist sit on surface ausgewählt das heißt egal wo ihr das objekt platziert es sitzt auf der oberfläche und wird auf der oberfläche platziert also direkt auf dem boden abgesetzt wenn ihr das ding jetzt seht dann könnt ihr noch nichts drehen und wenden das funktioniert erst mit tastenkombinationen wir schauen noch mal ganz kurz hier nach unten da seht ihr select move rotate scale wenn ihr diese tasten gedrückt haltet passiert genau das was ihr hier seht ach ich bin doof es passiert nicht das was ihr hier seht sondern er schaltet die werkzeuge um also ich hatte mich schon gewundert bei er skaliere ich normalerweise nicht das mache ich woanders also hier wechselt ihr zwischen den tools ich will ja aber ein objekt platzieren und ihr könnt schon während des platzierens dieses objekt drehen und vergrößern das sind diese beiden hier s und d wenn ihr s gedrückt haltet und damit der maus nach links oder rechts fahrt dann skaliert ihr das objekt und wenn ihr d gedrückt haltet dann dreht ihr das objekt und jetzt kann ich hier so ein bisschen freier mein sofa vorgeschrieben das ist so ein bisschen natürlicher aussieht als wenn ich ja einfach nur wobei ein sofa sieht echt bescheiden aus ich nehme mal einen einzelnen sessel ich glaube das sieht besser aus ja das sieht besser aus dann kann ich aber dieses objekt mit gedrückt gehaltener d taste drehen und dem hier zuordnen so vielleicht hat sich so ein zweites das sieht gut aus also jetzt habe ich zwei sessel und mit der gedrückt gehaltenen d taste kann ich hier dieses objekt drehen und mit gedrückt gehaltener s taste kann ich es vergrößern wenn ich es jetzt noch im nachhinein verändern möchte dann muss ich hier vom objekt objekts born weg hin zu diesen werkzeugen und das war das was ich gerade eben gedrückt habe wenn ich auf der ehrtaste bin dann bin ich hier in diesem werkzeug und muss dann aber die objekte auswählen wenn ich jetzt sagen wir ich möchte noch ein campfire platzieren wenn ich jetzt auf dieser ebene bin campfire und ich bin hier auf objekt edit komme ich nicht in die objekte rein in die auf der ebene wo ich nicht bin ich muss in diese ebene und dann kann ich auch erst die objekte markieren wenn ihr jetzt nachher ganz viele objekte platziert habt und ihr wisst nicht mehr wo die alle sitzen das ist gerade wenn ich büsche setze das mache ich jetzt einmal kurz um euch das zu zeigen klappe die mal alle ein ich nehme hier pflanzen und ich will zusätzlich auch bäume könnt ihr noch zusätzlich setzen auch spezielle tote bäume oder so wenn ihr das möchtet deine kommen uns gleich noch mal an wir nehmen jetzt aber mal die büsche weil die recht recht gut zu zeigen sind wenn ich jetzt büsche platzieren möchte sage ich objekts born und klicke hier drum zu und platziere verschiedene büsche ihr seht keinen einzigen mehr davon also ich vor allen dingen nicht vermutlich ja auch nicht ihr könnt dann hier sagen select active layers wenn ich das mache wenn alle objekte die ich in dieser ebene habe markiert das ist dann auch wichtig gerade für außenbereiche wenn ihr die gestaltet wenn ihr die objekte die sehen jetzt alle gleich aus wenn ihr die noch zufällig verändern wollt da habt ihr erst mal die möglichkeit hier zu sagen objekte randomized selected objects alle objekte die hier diesen pfeil nach oben und unten haben haben verschiedene objekte hier drin also hier ist nicht nur ein typ pflanze der immer gleich aussieht drin sondern verschiedene wenn ich dann hier sage randomized selected objects dann wechselt er zufällig bei all diesen pflanzen die objekte das ist gerade bei steinen und pflanzen die auf der karte platziert super praktisch so könnt ihr nämlich erst mal so wie ich gerade komplett die objekte spam also wirklich hier drauf kloppen und dann sagen ich wechsle per zufalls generator und hier könnt ihr die rotation noch mal verändern hier könnt ihr alle um 360 grad verändern hier könnt ihr die rotation im raum zufällig gestalten hier könnt ihr die größe noch mal verändern zufällig also ihr seht wenn ihr aus dem bereich objekte spawnt spand dann könnt ihr hier mit diesen schaltern ziemlich schnell zufalls generierte objekte schaffen ich möchte jetzt mal ganz kurz auch wenn mich diese pflanze stört einmal ins biom und noch mal eine ganz kleine schicht flaches gras setzen damit meine räume und büsche ein bisschen besser rüber kommen und fange jetzt an hier ganz kurz um und im haus und auch hier am fahrt eine kleine ebene zu setzen so damit wir erstens im haus kein gras mehr haben das klappt mit dem kurzen gras besser und damit wir die objekte auch ein bisschen besser sehen so jetzt sind wir wieder im layout bereich und wir haben unsere pflanzen hier noch mal platziert genauso können wir das mit den sofas natürlich auch machen ich muss aber dazu sagen ich markiere sie erst mal beide das macht hier keinen sinn wenn ich sie zufällig rotiere oder spawne gehen ich habe keinen pfeil oben und unten aber ich könnte sie jetzt zufällig rotieren aber ich finde das macht bei solchen objekten keinen sinn aber hier mit die objekte wieder zu finden auch hier drin das ist noch mal ganz coole nette funktion so wir können die objekte aber auch manuell beeinflussen ich nehme jetzt mal einen großen felsen den ich hier noch irgendwo hinsetzen möchte mal light grey ich zeige euch erst mal die kleinen sage wieder platzieren und habe hier meinen kleinen felsen den ich platzieren kann hier hier ja so jetzt können wir die ganzen felsen manuell verändern ich kann einmal sagen okay ich möchte ihn verschieben dann habe ich verschiedene achsen ihr seht auch hier ich bin in der dreidimensionalität unterwegs ich habe oben und unten an das ding in den boden setzen und wieder rausholen also das heißt auch schweben lassen wenn ich das möchte macht natürlich keinen sinn aber ich könnte an den da weiterhin verschieben und hier das beste verschieben ist aber hier da bewegt ihr euch auf der zweidimensionalen ebene das heißt ihr markiert dieses klick dieses viereck an könnt dann hier in der zweidimensionalen ebene noch mal ein bisschen verschieben auch hier dasselbe möglich kann meine objekte verschieben wie ich das möchte dann kann ich meine objekte drehen in alle möglichen richtungen das ist glaube ich zufällig ne das ist zurücksetzen zurücksetzen der rotation dann kann ich hier die größe verändern strecken ziehen auch das kann ich glücklicherweise zurücksetzen die höhe kann ich verändern ja das sind so die die bearbeitungspunkte die ich habe ich habe hier auch noch die möglichkeit weiter ausschweifend veränderungen durchzuführen und ich aber nicht so cool bei steinen finde ich es auch eher cool hier wieder darauf zu greifen und zufällig die steine zu setzen damit ich ein paar zufällige objekte habe aber ihr habt hier individuell noch mal die möglichkeit dinge zu verändern das ist gerade bei so großen sachen in diesem stein hier möglich ihr seht das ist ein massiver fels ein massiver felsbrocken den ich vielleicht irgendwo hinsetzen möchte vielleicht hier oben dann nachdem der gesetzt ist weil das ist ja schon ein ziemlicher brocken sage ich möchte alle markieren verändere die größe die höhe so und ich verändere auch wo das ding setzt soll ein bisschen der oberfläche und ja aus dem aus dem boden rausragen und ich habe ganz schön platzierten stein hier könnt ihr euch richtig austoben hier gibt es einiges an objekten das wird auch denke ich zeitnah wachsen wo ihr räume noch mal ausstatten könnt badezimmer könnt ihr ausstatten außenbereiche einer farm und hier gibt es zwei ganz besondere objekte und zwar das wasser und shadow casters ihr seht hier im moment einfallend in das haus schatten nicht nur die hier außen sondern hier innen und das sieht so aus als wäre das haus komplett offen als wäre das frei deshalb gibt es hier die shadow caster ich nehme einmal ganz kurz und habe hier plane circle und cube das sind dreidimensionale zieren und ihr seht ich habe ein eidimensionalen würfel vielleicht auch noch mal so zeigen dass ich habe hier einen würfel der auch in einer gewissen höhe funktioniert und ob sich auf eine oberfläche setzt ich habe einen kreis ein kubus den ich verwenden kann und hier fürs gebäude nutze ich das flache und kann dann hier ins gebäude noch mal ein bisschen schatten setzen muss ein bisschen aufpassen wo ich es hinsetze mach es jetzt mal versuch es mal ins in zentrum zu setzen und sage dann editieren alle markieren so und jetzt muss ich mal gucken dass ich hier die höhe passend hinbekommen dass das ding auf den boden schatten wirft also es ist nicht ganz so einfach ist ein bisschen frickelig würde mir eher wünschen dass da noch mal ja für den bereich der der innenräume noch mal ich deaktiviere das licht kommt aber ich denke so funktioniert das ganz gut ich glaube hier kann ich duplizieren duplizieren ich nehme noch mal zweiten verändere dann noch mal die größe auch von diesem hier gegebenenfalls noch mal die größe verändern ein bisschen zu viel ein bisschen fummelig noch aber so könnt ihr schatten in gebäude setzen so ich will mich damit jetzt aber auch nicht zu lange aufhalten jetzt sieht es aber zumindest schon mal ein bisschen natürlicher von oben aus also dass ihr zumindest einen schatten habt und das gebäude nicht selber irgendeinen schatten in sich selber wirft die nächste besonderheit ist das wasser auch das ist ein zusätzliches objekt wir haben ja hier schon ein biome platziert und was von oben schon ganz gut aussieht funktioniert aber noch ein ganzes stück besser mit wasser wasser wir hatten hier den ganzen bereich runter gesetzt wenn wir nur das wasser biome genutzt hätten wäre das nicht notwendig gewesen hätten wir einfach das wasser hier durchgezogen das hätte wie so ein kleiner sanfter bach gewirkt wir wollen das ding jetzt aber ein bisschen tiefer gestalten und dadurch dafür nutzen wir water immer plain rough wir können sie noch wechseln sagen platzieren ihr seht ich habe eine recht große ebene wasser die ich jetzt hier platziere und die verändert sich die passt sich an die höhe an die ich auf der karte habe ich möchte jetzt noch ein bisschen größer machen ihr könnt das wasser ruhig hier rechts oben und links unten drüber lappen lassen das wird nachher nicht mit exportiert meistens mache ich wenn ich so einen fluss habe die wasserebene ein bisschen größer als die ganze karte damit ich auch wirklich überall wasser das kann aber den nachteil haben wenn ihr hier hinten irgendwo noch ebenen habt ihr auch tief liegen das sind die sind dann natürlich ebenfalls mit wasser gefüllt da müsst ihr auch bei der karte ich zeige euch das ganz kurz umschalten müsst ihr aufpassen dass hier nicht irgendwo wasser erscheint hier hätte ich eine überflutete gegend und auch das haus wird überflutet auf der ebene höhe macht das keinen sinn aber weil ich die höhe hier vom fluss ganz gut angelegt habe kann ich hier jetzt ein wasserbett setzen und habe wasser durch den fluss was nachher richtig cool aussieht wenn ich das ding exportiere und hier habe ich auch verschiedene wasserebenen also die die das biome was ich hier drunter gelegt habe kann ich nicht wechseln da habe ich nur eins aber hier kann ich auch sagen später wenn ich auf eine winter map oder so wechselt das zeige ich euch nachher noch mal oder beach surf ich kann hier die wasserfarbe wechseln was ganz cool ist ich fand aber das rough ganz gut treppen kann man auch setzen das ist ein bisschen fummelig aber auch das geht oder aber lichtquellen ich bin mal gespannt ob da der bug gefixt wurde immer ein licht aber ich habe hier eine lichtquelle ja es wird definitiv gefixt dass das licht nicht mehr ganz so hell erscheint doch doch nicht moment power runter range ein kleiner ja es ist anscheinend noch es ist noch ein bug lichter wurden noch nicht gefixt aber hier habt ihr die lichter die ihr schon mal als objekte habt ich denke das sollte aber zeitnah gefixt werden dann werden wir das kämpfer ja ich probiere es mal ich werde es kämpfer ja mal setzen aus reiner neugier also ihr seht lichter haben noch ein bisschen zu viel strahlkraft das ist leider der beta geschuldet ich denke das wird aber auch noch zeitnah gefixt so jetzt haben wir unser licht wieder weg ja so viel zu den platzierbaren objekten ganz kurze ergänzung zum letzten mal noch wenn wir wände und so gesetzt haben dann können wir natürlich hier mit dem radierer die wände einfach so rauslöschen das heißt ich könnte jetzt hier die wand markieren und rauslöschen türen gehen damit auch das hier wäre wir aus dem kompletten bereich und hier können wir alle wände einfach so entfernen Matchblocker aber ja dass das passt schon das glaube ich sollte reichen für unser kleines häuschen was wir als nächstes machen wollen ist noch ein bisschen winter hier reinbringen und die höhle wollte ich euch zeigen also schauen wir mal im nächsten video so das war's zu den objekten und wir sind eigentlich auch mit diesem haus fertig nächsten video widmen wir uns dem thema höhlen habt ihr fragen oder anmerkungen zu diesem thema schreibt es mir in die kommentare und ansonsten sehen wir uns beim nächsten mal komm jetzt wir sind dann wir sind dernière